Wir waren begeistert von der Musik, wir waren begeistert von der Lebensform. Das war für uns ein perfekt definierter künstlerischer Traum. Es war die perfekte Begegnung von ideal besetzten Leuten in einem Streichquartett. Der Grund, warum die vier zusammenkommen, ist nicht primär. Die Freundschaft, es ist die Musik. Let's actually just play on, right? Till 75 or so. Okay. We have this wish and this eager to learn and to go very deep in the music and to take time. You have the physical, you have the emotional and you have the intellectual. And then on top of that, you just have to be a rock star. It's not easy. That's the price to pay. Aber dass so eine harmonische Zeit so katastrophal, dramatisch zu Ende geht, ist wahrscheinlich auch ein Naturgesetz. Ja, dieser Tag war unbeschreiblich natürlich. Und ja, it's just something stopped. Die Lust an dem Ringen um alles im Quartett, das ist bei mir weg. Und dann denkt man, gut, das war's. Und Winnetta und Gregor gucken sich an und sagen, wir machen weiter. It's just continued in a similar way that you can hear all of the former members. It's never ending. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020